Was geht ab, liebe Freunde? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu Destiny 2. Ich hab wieder einen neuen Shit für euch. Der wöchentliche Reset ist vollzogen. Und Petra Ventsch hat ihr Lager wieder woanders aufgeschlagen. Diese Woche ist sie direkt an der Landezone und hat natürlich wieder eine Quest für uns, die uns mächtige Ausrüstung bringt. Ja, werden wir erst mal gleich mal zu ihr dackeln. Und tschüss. Denn die steht ja gleich hier vorne. So, quatscht er sie einfach an. Und dann könnt ihr hier oben bei Aufträge die Orakelmaschine annehmen. So, kleiner Tipp von mir. Nehmt beim täglichen Beutezug hier gleich mal hier die 70 Feinde besiegen mit. Weil dadurch, dass es in der Quest hier um den Hohn geht, denke ich mal, ich weiß nicht wie viele Feinde da kommen, aber ich bin da sehr optimistisch, dass wir da 70 zusammen kriegen. Und schon kriegt er da noch ein dunkles Fragment mit dazu. Ganz sexy, kann man mal machen. Ja, ich möchte mir auf jeden Fall mal mit euch zusammen anschauen. Hier ist die Quest übrigens, die Orakelmaschine. Empfohlenes Powerlevel 530. Und wie ihr sagt, gibt es eine mächtige Ausrüstung dafür. Ja, ich möchte mir mit euch mal zusammen die Quest mal anschauen. Ja, wir schauen uns hier einfach mal an, würde ich sagen. Mann, quatscht die mir an Daunt dazwischen hier, Alter. Die Besessenen haben die Kontrolle über unser Observatorium übernommen. Ich befürchte, dass ihr Ziel die Orakelmaschine ist. Das Weltraumtelefon? Sie ist mehr als nur das. Aber, ja, das Orakel ist unschätzbar wertvoll. Wir können es nicht reparieren. Wir können es nicht ersetzen. Deshalb darf das Observatorium nicht gestürzt werden. Für ein Orakel-Telefon jetzt schon wieder, Alter. Die drehen hier völlig am Rand. Stirb, Alter! So. Wo müssen wir denn hier lang? Meine Fresse, immer das hier super. Wo müssen wir denn hier aufhören? Gut Ich bin zwar mit dem Power-Level Alter, nicht ganz in der Nähe Alter Das merke ich hier natürlich gleich Warum ist der Sack immun? Ach da Mh, jetzt schon wieder ein Vollhonk hier Mann So, warte mal, kurze Pause Ich bin hier nicht im PvP Ich muss mal kurz hier die Super umstellen So Ja Ist hier was los? Ach du bist ja die ganze Zeit der hier auf mich schießt, Alter Hey, ihr könnt sehen Hier ist ganz schön die Kacke am Dampfen Ich bin glaube ich Power-Level Lass mich lügen 528 Die sind hier gut am Kugeln schlucken Boah, wo kommt er denn jetzt her? Dann haben wir gleich noch einen Primus-Ingramm abgestaubt Die geht mir so auf den Sack, Alter Ist doch jetzt gut langsam So, endlich So, wo soll die Ladung hin? Erzählt mal Ah, okay Verstanden Was war denn das jetzt? Ey Ey Das war's Von allen Seiten hier, Alter Die gehören, glaube ich, noch nicht mal Zur Quest hier Haben wir Nächste und Action Gut Next Mm-mm Ich feiere Diese Super um mein Leben, wirklich Schreibt mir bitte mal Wenn ihr den Jäger spielt Was für eine Super ihr benutzt Würde mich gerne mal interessieren Was heißt gerne? Würde mich einfach mal interessieren Was ist denn da? Jetzt rennt da ein Orga rum Ein Orga Was willst du hier? Trotzdem mag ich da drin Danking Abgestochen ist er Oh, weiter Das war nicht so schlau Ich habe keinen Führerschein Na, probier es Geht Wenn hier die Wumme liegt Denke ich mal Kommt gleich ein dickeres Teil Dort, hier ist wieder Geht Action Oh. Von allen Seiten kommen sie hier wieder an den Rand. Dann auch die Explosionsfiecher hier. Müssen wir die überhaupt besiegen hier? Hab so meine Zweifel. Was ist denn hier los? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Dann gehen wir Scheringen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Also so viele Hohen Krieger sind jetzt hier nicht für den Beutezug Denkt man nicht, dass wir den jetzt hier in der Quest Hier schaffen werden Wir schauen mal Bad Shot Da ist anscheinend auch schon der Gegner Oh So Freunde, Runde 2 Wieso ist der Immun dagegen? Mann, du gehst mir auf den Sack Oh, noch ein Ritter hier Stech dich ab, Alter Oh, wir müssen mal ein bisschen vorsichtiger machen Hier das Ganze Wo will er denn andauernd hinschießen Mit seinem Scheißschild Halten ist er schon Na dann los Das ist der gar nicht Oder? Nein, voll Uuuuh 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 Mann, ist das eine Kacke Oh Ich drehe durch hier, Alter Ich bin zwei Powerlevel entfernt von Empfohlenen Oh, die drehen hier so durch, oder was? Ich bin zwei Powerlevel entfernt von Empfohlenen Ja, das ist Ihnen auch Ich bin zwei Powerlevel entfernt von Empfohlenen Ich bin zwei Powerlevel entfernt von Empfohlenen Dramatoren Ey, jetzt soll ich dein Ernst sehen Guck mal, er hier Stech dich ab, Alter So So Na, wo ist er? Da oben ist er Ist er nicht? Ist er auch nicht Da kommen auf jeden Fall noch mehr So Was hat er denn? Jetzt schießen die mich runter, oder was? Jetzt bin ich sauer, ey Das frustriert mich Was hat er denn? Was hat er denn? Okay. Hier ist doch irgendwo noch ein Ritter gewesen. Wieso ist der dagegen immun? Nee, jetzt reicht mir die Scheiße hier. Empfollende Power 540, er macht mir 585. Äh, 530 und 5... Ey, Alter. Nee, einmal probiere ich das jetzt noch. Ey, wirklich, das ist mir echt zu krass jetzt hier. Das ist mir echt zu krass. Darf ich jetzt da hinten. Jetzt sitzt er auf einmal zu zweit oder... Nee, jetzt reicht's. Oh. Jetzt darf ich schon hier starten. Seid ihr so gnädig, ja? Ja, jetzt duo noch. Ja. Ja. nightmare. Ach was. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Anscheinend wollen die, dass ich da hingehe. Freunde, das kann doch echt nicht wahr sein. 530 empfohlen. Und er hier haut mir raus jetzt 580 oder was ist hier los? Der Nächster, Alter. Wo ist denn dieser Kreischer? Ja, ja. Und er hat den Typen jetzt echt übersprungen. Das ist ja natürlich ein Highlight. Wir haben einen Scharfschütze hier irgendwo. Da ist er. Konnt ausgewischen. Und wieder. Mal checken, ob hier noch irgendwas kommt. Ja, ich bleib lieber auf Distanz. Da ist er. Der Penner. So viel Überraschung hier auf einmal. Und diesmal kriegst du aber hier ein paar Bullets. Das ist der nicht, wa? Das ist der nicht. Ey, der hat ein krasseres Schild. Wir haben die Ladung. Hüte, wie ist dein Status? Oh, Freunde, leckt mich, ey. Wirklich. Ich versuche, die Verstärkung zu schicken. Hab Geduld. Fallen. Oh, das kracht doch jetzt hier gleich wieder, oder? Und nicht wenig. Und nicht wenig, Freunde. Und der Raketenwerfer ist schon... Ah! Ah! Wir sind so ein Raketenwerfer hier. Oh, mach keine Scheiße jetzt, Alter. Boah, ist hier schon wieder Action am Start. Okay, wir müssen laufen. Wir müssen laufen. Wir müssen uns bewegen. Hier passieren Sachen. Hier passieren eindeutig Sachen. Hier sind mehrere. Und ich hab ganz ehrlich auf den Falschen geschossen. Eiskalt. Eiskalt. Auf den Falschen. Voll in die Eier geschossen. Mach keinen Scheiß jetzt hier. So, den haben wir. Den haben wir. Okay. Nein! So, Raketenwerfer suchen. Nächste. Und Attacke. Und Nächste. Und Attacke. Jetzt noch sowas. Hier sind echt keine mehr. Ach du Scheiße. Doch, einer noch. Wird streng bewacht. Die Super ist auch bereit. Okay, das könnte hinhauen. Könnte hinhauen, Freunde. Wenn jetzt hier nicht so ein... Hörst du auf. Wahrscheinlich Super zünden. Attacke. Sehr schön. Alter Schweder, war das ein Ding. Ruhe jetzt hier. Ja. Petra, bitte kommen. Das Observatorium ist sauber. Das Orakel wurde nicht beschädigt. Gut. Das ist gut. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass wir ausmanövriert werden. Erst die Relikte. Und jetzt das Observatorium. Ich verstehe den Zusammenhang einfach nicht. Vielleicht gibt es keinen. Die Schar ist nicht gerade bekannt für brillante Strategien. Die Besessenen auch nicht. Das ist wohl wahr. Auf jeden Fall war das saubere Arbeit. Allerdings. Oh, nicht schon wieder die Tigerlist. Ich hätte auch mal echt Lust, dass ich mal Sachen bekomme, die ich noch nicht habe. Ja, Freunde. Wie ihr seht, hat mich einiges an Nerven gekostet. Die Quest. Ihr könnt mir ruhig mal schreiben, welches Powerlevel ihr wart, wo ihr die gemacht habt. Ob ihr auch solche Probleme hattet wie ich. War auf jeden Fall sehr lustig. Aber hat mich wirklich Nerven gekostet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank. Euer Stefan. Ciao, ciao.